Hallo, ich bin Maxim aus Bonn und ich habe die Bilanzballade im 30. Jahr von Wolf Biermann gecovert. Ich glaube, der Song ist immer noch aktuell, textlich, auch musikalisch. Er tritt nach oben, das finde ich generell gut bei Musik. Musik muss mutig sein. Ich finde ihn rotzig, das gefällt mir auch, wenn es nicht alles so clean und poliert ist, wie das heute teilweise der Fall ist. Deswegen habe ich das in unserer Version auch versucht so breit zu behalten. Ja, ich denke, dass es immer noch sehr wichtig ist, die Musik von Wolf Biermann zu hören. Ich finde sie mahnt vor vielen Fehlern, die wir auch heute noch begehen.